Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Dimitri Oskar Motzis ist auf Schalke Geschichte. Sonntagmorgen wurde er freigestellt. Damit ist das Abenteuer für ihn nach einem Jahr auch schon wieder vorbei. Und nun hat er sich auch selber zu seinem Ende auf Schalke geäußert und auf Instagram ein Abschiedsstatement für uns Fans vor allem auch verfasst. Denn er schrieb folgendes. Liebe Schalker, meine Zeit auf Schalke endet nun. Hiermit möchte ich mich herzlich bei euch für die Unterstützung der letzten zwei Monate bedanken. Ich wünsche euch und dem Verein maximalen Erfolg und alles Gute für die Zukunft. Glück auf, euer Dimitri. Ein kurzes, knappes Statement. Trotzdem schön nochmal sowas zum Ende von ihm selber zu hören. Denn natürlich muss man auch sagen, natürlich war auch nicht alles gut sicherlich in seiner Zeit auf Schalke. Es hätte auch natürlich einen Schritt nach vorne gebraucht jetzt in der Rückrunde, um nochmal etwas erfolgreicher zu sein. Aber am Ende war es sicherlich auch ein Trainer, der sich wirklich mit Schalke identifiziert hat. Der wirklich Bock hat auf diesen Job, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Ich finde es wichtig, dass man da auch respektvoll miteinander umgeht. Am Ende nun auch, weil wir wissen ja alle, was es auch von Fans für kritische Meinungen über ihn und zu ihm gab. Und ich finde es schon wichtig, dass man jetzt auch vor allem bedingt, weil es zu Ende ist, Respekt, wo man dann umgeht. Ich habe größten Respekt vor Gramozis, dass er vor einem Jahr diesen Job angetreten hat. Denn da war es eigentlich schon klar, dass er am Ende der offizielle Abstiegstrainer wird. Dass er es geschafft hat, eine Mannschaft zu formen aus vielen neuen Spielern, die der zweiten Bundesliga zumindest konkurrenzfähig ist. Es hätte auch alles viel, viel schlechter laufen können. Was hat leider für ihn und im Summe dann auch er verfehlte, war der nächste Step, war dieser Schritt in der Rückrunde, diesen nächsten großen Schritt zu gehen. Das war am Ende natürlich etwas schade für alle Beteiligten. Aber trotzdem natürlich auch von hier nochmal alles Gute an Dimitros Gramozis. Und ich bin mir sicher, dass er auch in naher Zukunft einen weiteren neuen Job finden wird. Eure Meinung dazu? Gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!